Ich schreibe einfach mal Glocke. Vielleicht nochmal unendlich. Nicht, dass das nochmal von vorne anfängt. Ja, was für eine unpraktische Schreibmaschine, was du nicht sagst. Unend. Oh ne, jetzt fängt er wieder von vorne an. Ja, ist okay, ich will das nicht. Weiß ich doch, hat man auch schon. Ah, Mann. Die fucking Glocke. Was mache ich damit? Wofür brauche ich die? Ja, ich will das nicht. Ja, ich will das nicht. Kann man doch so am Schlauch stehen, ey. Nee. Nee, will er nicht haben. Moment. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ein Glockenklöppel. Was kann der so? Oh. Ah, Schlüsselchen. Schlüsselchen. Oh, guck mal einer an. Das ist auch geil. Wann, wann, wann. Mal auf hier, Junge. Was ist das da oben? Eine Zierplatte. Okay. Okay. Okay, okay. Die kommt auf jeden Fall hier hin. So. Zack. Äh. Ich kann nicht alle drehen, wie ich will, oder was? Dann machen wir doch mal die Berge, machen wir doch mal nach oben. Kann. Kann. Ching. Ching is gone. Muss ich das eingeben, oder was? Ah, da ist ein Save. Oder kommt es hier hin? Das ist Kahn. Oh, da fehlt aber einiges. Kahn. Ja gut. Irgendwo war hier doch noch so ein... Da war noch so ein Non-Schlüssel. Ah, guck mal einer an. Wo geht man her, das Ding? So, dat... Bauen wir jetzt mal hier hinten in die Wand ein. So, da. Pop. Achso, ich muss das dann wahrscheinlich in die andere Richtung drehen. Ja. Macht Sinn. Wird das so geschrieben mit K-H? Oder war das K-A-H-N? War so richtig, okay. Die Null. Guck mal. Ja, schön. Jetzt geht, glaube ich, hier die Party ab. Gänsehaut. 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 Oh nein, ich will nicht das Bild da hin machen. Das ist doch scheiße, ist das. So, und jetzt mache ich das Bild, jetzt mache ich das hier und dann ist das mega creepy. Schön, toll. Schön, dass die Olle jetzt da liegt. Wundervoll. Ich danke dir. Die hat irgendwas in ihrer Hand. Oder der. Weiß ich nicht, kann ich dir sagen. Da war doch... War da der Zettel, der hier unten lag? Äh. Um neun. Um neun beim Löwen. Ein Quick-Time-Event. What the fuck? Was ist das hier überhaupt? Bäh. Boah. Nur erkennst du die Wahrheit. An diesem Ort läuft die Zeit anders als gewohnt. Eine Stunde, ein Tag, ein Jahrhundert. Wer vermag das zu sagen? Ein Jammer. Ich muss dir hier ausharren, um den letzten Schritt deines Weges zu leiten. Alles ist bereit. Nimm dies. Damit findest du den Raum. Bäh. Zieh dich um. Drecks viel. Ein Zierschlüssel. Schön. Ach. Hier vorne ist noch. Genau. Da. Rein damit. Ah nein. Das ist die Kugel. Das ist... Oh nein. Jetzt kommt wieder das Zeug. Das so gruselig ist mit dem... Ach, das war's schon? Ich dachte, ich müsste jetzt noch mal dieses komische Symbol so... Das ist die Kugel. Das ist die Kugel. Das ist die Kugel. Und ich... Ich muss mich... Ich habe hier so eine Superman-Gay-Locke, die sich immer über meine Stirn legt. Glückwünsche sind angebracht du bist den eigenartigen Ereignissen der französisches Wort unbeschadet entkommen oh no it's a ship what the fuck ich soll jetzt hier bitte nicht noch jemand anderes mit im Boot sitzen ich möchte allein im Boot sitzen da liegt auch was eine Kurbel toll die kann man doch bestimmt hier anbringen und da kann man doch bestimmt doch bitte drehen die anderen Teile waren auch schon so creepy nur nicht ganz so ganz so extremst creepy selbst kurze Reisen können große Erfernungen überbrücken und da du den Übergang gemeistert hast bist du nunmehr bereit für den letzten Schritt möge das Schicksal dir gewogen sein da war aber ein kurzes chapter das gefällt mir doch hier ein bisschen besser boah fuck wir haben aber hier ganz schön viele Sachen ne wir können glaube ich den ganzen Raum betreten scheiße haben wir hier irgendwo ein Zettelchen what's that what's this what's this hier passt offenbar etwas hinein was du nicht sagst da ist auch was oh guck mal so ein komischer Hornkäfer oder was das ist im Kran also mit der Wand passiert wahrscheinlich irgendwas die sieht so komisch aus was haben wir hier hier haben wir irgendwie so ein ach das ist bestimmt so ein komischer Magnetmatsch aber hier fehlt was sehe ich von hier schon Hirschkäfer nicht Hornkäfer Hirschkäfer okay da müssen wir irgendwas abschrauben einfach mit elektrischen Anschlössen können wir ja mal reinpacken ne hm 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 okay da können wir schon mal nix machen ach ich will das nicht da reingucken ja ich sehe warte Moment da war mehr als eine 2 und eine 1 1 2 1 Tafel können wir uns zum Glück nicht angucken Dankeschön ey hm hm das ist schon mal schön wir haben etwas gemacht und ich habe irgendwoher ein Schraubenzieher mir geholt ach da liegt da was das ist okay ex expedition 2.07 subject beta 4 ratus ratus deutliche Aufhaltung subjekt nekrose de prä mortem einflößung v.005 temporäre Wiederherstellung muskelreflex muskelreflex bei post mortem elektrostimulation 5 jetzt müssen wir auch noch Tiere quälen oder was 75 bis 85 mAh äh das gefällt mir nicht ähm und ich habe einfach nur the fuck the fuck das white shit everywhere im Kopf ich würde lieben gerne mal eine scape room mit Jule machen nach paar Minuten im Raum schön wir haben mal was gemacht und jetzt ich würde lieben gerne mal was